Ross Anthony unheulbar krank, im Winter ist es besonders schlimm. Ross Anthony feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Auch wenn sich der Schlagerstar kein bisschen älter fühlt, sein Körper macht ihm zu schaffen. Ich hatte ein bisschen Angst vor der 50, gestand Ross Anthony vor kurzem in einem Interview mit das Neue. Seine Mutter habe ihm dann den klugen Tipp gegeben, sich darüber zu freuen, jedes Jahr älter werden zu dürfen. Ein Ratschlag, der dem Schlagersänger zu denken gab. Denn wie er jetzt verritt, hat er seit einiger Zeit mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Ross Anthony leidet unter Rheuma. Ich habe ein paar Probleme mit den Knien, weil ich ein bisschen Rheuma habe, sagt er gegenüber das Neue. Diese unheilbare Krankheit habe er von seiner Mutter geerbt. Im Winter sei die Krankheit besonders schlimm, erzählt der Schlagerstar. Ross Anthony, fühle mich noch fitter. Sonst sei Ross Anthony zum Glück gesund, fühle sich sehr gut. Einer der Gründe dafür sei, dass der Sänger kürzlich zusammen mit seinem Mann Paul Reeves 23 Kilos verloren habe. Seit ich wieder abgenommen habe, fühle ich mich noch fitter, erzählt Ross Anthony und scheint einen positiven Umgang mit seiner Krankheit gefunden zu haben. Jetzt einen Titel von finalement. Tippler. Ich gehe, als erläutere mich. Untertitelung des ZDF, 2020